Dann hast du der Rechtsverteidiger gespielt am Anfang? Am Anfang? Das stimmt sogar. Ja? Am Anfang hab ich Rechtsverteidiger gespielt. Okay, und wie war das so für dich? Puh, nicht so ungewohnt. Nicht, endlich, Alter. Einen Kaffee getrunken. Gefrühstückt. Da war ein Kaffee. Da war auch ein Kaffee dabei. Richtig. Einen Latte Macchiato. Einen Cappuccino. Einen Cappuccino. Einen schaumigen. Ja? Nein! Fabi Dünberger, dein Bro ist jetzt weggewechselt? Leider. Wie findest du's? Bist du jetzt hier alleine in der Kabine? Eher nicht, wie gesagt. Nicht? Ich hab viele Freunde. Ach!